Ein herzliches Hallo von mir an euch. Eine neue Folge Dead by Daylight habe ich hier für euch. Aber auch diese ist aus einem meiner letzten Streams geschnitten. Ich spiele wieder gemeinsam mit meiner lieben Susi. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an der Runde wie wir. Guckt sie euch einfach an. Entscheidet selbst. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich alles fragen sollte. Oh, hier ist ein Ausgang, wo ich gespawnt bin. Ich warte hier einfach. Ich glaube, wir sind... Äh, Piramid Head. Läuft, Korpse, nun. Oh. Die hat mich verkauft. Nee, die hat hier reingeschissen. Mich hat sie verkauft. Du bist auch hier, halt. Ja, klar. Ich habe doch gesagt, wir sind alle hier gestartet. Ist er jetzt lautlos? Nee, 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 der ist nicht lautlos. Ich bin eben voll reingeran. Tup, 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 tup. Pink? Ja, pink. Ja, ist aber noch... Das wirst du dann sehen. Nico, wirst du sehen. Aber die Saloon-Map habe ich auch übelst selten mittlerweile. Ja. Schade eigentlich. Ich glaube, ich finde, du hast gerade diese Standard-Maps. McMillen, Schrottplatz, wo Schrottplatz ja doch immer diese eine Map, und halt die Felder. Die hast du eigentlich am häufigsten. Ja. Boah, der Junge ist immer noch hinter mir. Er hat jetzt eine andere Glödi. Glaub ich. Okay. Ja, er hat eine andere Glödi. Er läuft jetzt aber... Okay, er tritt noch den Jen. Er hat das Ding mit, dass er lautlos ist, aber das hat irgendwie... Ja. Ich glaube, das muss ich auch aufladen, glaube ich. Er hat Nurse Calling, würde ich sagen. Weil ich war im Busch. Und er hat direkt zu mir geschossen. Auch, Lüdi hat beim Heilen reingep... das Schiffen. Ist er noch bei dir? Nee, ist jetzt abgedreht. Ist er jetzt immer noch lautlos? Nee, er ist da drüben. Er hat, glaube ich, oben deine Falle ausgelöst. Ja, die Sprengfalle ausgelöst. Ich meine, an sich ist es cool, ne? Das heißt, in der Zeit könntest du wegrennen. Aber er sieht ja trotzdem noch deine Spuren. Funk über Mentor Out Cosplay. Nee, Kronk streamt, glaube ich, gar nicht, oder? Streamt Kronk gerade? Ich weiß es nicht. Eigentlich geplant war es, glaube ich, nicht. Er ist noch am Salon oben. Kommt jetzt, glaube ich, wieder zum Galgen. Ja, er ist wieder oben auf dem Galgen. Dann heile ich dich halt nicht, Lüdi, ganz ehrlich. Dann gehe. Wenn du nicht willst. Wow! Vorsicht, ich renne in den Salon hoch. Ich liege gleich. Oh, hi, Klodi. Sorry, ich habe dich verkauft. Tut mir leid. Auch ein kleines Fest da. So. Wo ist der? Hinter dir. So. Wo ist der? Hinter dir. Nee, die Adler schreien manchmal so komisch rum. Alter Falter. Was macht ihr denn nach dem Stream? Ich muss noch mal mit dem Hund raus, Leute. Und mit dem noch ein bisschen spielen und mich mit dem noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich finde, ich halte jetzt generell schon ein bisschen länger durch. Ein bisschen? Voll gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der kommt. Da ist ja schon ein guter Fortschritt. Ja, ja. Ich habe das Perk. Er hat wieder Heartbeat. Ich habe das Perk extra... Der hat die Scheiße mit. Mitgenommen. Das ist halt eigentlich auch echt praktisch, ne? Dieses Perk, wenn du vom Haken kommst. Er steht unten vorm Galgen. Er ist oben. Das Perk finde ich auch richtig gut eigentlich von Jill. Er hat keinen Herzschlag trotzdem, oder? Ach so, ich höre ihn nicht, weil ich habe ja... Ja, ich bin ahnungslos. Glaube ich auch. Aber warum? Ja, weil wir uns geheilt haben. Der hat doch diesen Scheiß mit. Stimmt. Ich komme mit hoch. Ach so, du bist ja gar nicht oben. Vielleicht warte ich bis Freitag hier. Ich bin am Wasserturm hinten. Wie lange hält das denn an? Das siehst du rechts. Von unten hast du doch diese Ketten. Er ist... Ich habe keine Ketten. Dann müsstest du ihn hören. Er ist hier an so einem kleinen Haus an der Straße oben. Er ist lautlos. Oder hast du eine Falle gemacht? Ja, ja. Er ist hier bei mir. Ich habe eine Falle gemacht. Voll, wie das geblendet hat, als er es gedreht hat. Ich finde diesen Bug richtig widerlich, dass die Paletten irgendwie teilweise zeitverzögert spawnen. Oder auch nicht. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Ich gehe zu dem Jen. Ich glaube, der findet das nicht witzig, aber ich... Ich fand es ganz lustig. Ich auch. Er kommt wieder hinter. Schaffen wir. Er macht hier noch eine... Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, er macht noch die Palette kaputt, aber er kommt. Nee, er ist noch vor der Shack. Er läuft hier rum. Ja, ich werde jetzt gecampt, glaube ich. Er steht vor mir. Oh, hier ist die Luke, Susi. Ja. Ja, er läuft hier bei mir rum. Ich habe Geliene. Also... Flödi auch. Die Ausgänge erst mal. Ich weiß nicht, ob Flödi Geliene hat. Ich habe die ganze Zeit dieses geliebenden Zeichen da, aber... Die Klödi von eben hat mich gerettet. Heim ich mal schnell. Er ist am Haken. Ich sehe seinen Zipfel. Immer noch am Haken. Ich mache aber ganz auf. Welcher ist denn jetzt offen? Äh, nicht meiner. Warte. Aber es sind jetzt beide offen. Ich habe keine Geliene. Wo bist du? Ich habe Geliene. Ich komme von der Seite. Ich denke. Sehr gut. Ihr habt ihn eingekesselt. Ja, na. Was soll denn sowas? Äh, scheiße. Ich glaube, Geliene ist bei ihr bald abgelaufen und er ist hinter uns. Okay, es hat noch ge... Es hat gereicht. Seid ihr raus? Ja, wir sind bei dem Ausgang. Ich bin raus. Die andere... Andere Klödi ist bei mir. Wir sind auch raus. Voll gut. Wir haben voll die... Voll die Aktion hier heute. Ja, wir sind voll... Voll die guten Mates. Ja, wir sind voll die Aktion. Ja, wir sind voll die Aktion. Wir sind voll die Aktion. Ja, wir sind voll die Aktion.